Hallo zusammen, ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr euch ganz einfach wunderbare, extrem leckere Elisenlebkuchen selber backen könnt. Das geht echt schnell und schmeckt unglaublich lecker. Ihr braucht 100 Gramm Zitronat, 100 Gramm Orangiat, einen halben Esslöffel Honig, 70 Gramm Rohrzucker, einen Teelöffel Zimt, einen halben Teelöffel Lebkuchengewürz, eine ganz kleine Prise Salz. Ich verlinke euch auch nochmal das Rezept in der Videobeschreibung. Darüber hinaus braucht ihr 50 Gramm gehackte Haselnüsse oder wahlweise gehackte Mandeln, 100 Gramm gemahlene Mandeln und 100 Gramm gemahlene Walnüsse. Das sind die Hauptzutaten und das sollte in der Menge so gut passen, dann wird die Konsistenz perfekt. Natürlich noch die Oplaten braucht ihr und drei Eier. Das ist alles, was man braucht und jetzt wird das Ganze ganz schnell zubereitet. Im ersten Schritt einfach das Orangiat und Zitronat klein hacken. Das ist reine Geschmackssache, ich mag es nämlich, wenn es ein bisschen kleiner gehackt ist, aber das kann man auch grob lassen, wie man möchte. Aber ich kann es euch so empfehlen, es schmeckt dann auch besser. Als nächstes werden die drei Eier zusammen mit dem Zucker und dem Honig in eine Schüssel gegeben und darin dann schön schaumig gerührt. Einfach alles zusammen. Ich verwende, wie gesagt, den Rohrzucker. Das passt eigentlich am besten. Wenn ihr einen anderen Zucker nehmt, müsst ihr ein bisschen gucken mit der Menge, weil die natürlich unterschiedlich süß sind. Aber so kann ich euch das empfehlen, es ist eigentlich perfekte Süße. Dann einfach alles schön schaumig rühren. Das geht eine gewisse Zeit. Das darf ruhig richtig schön schaumig sein. So sieht es super aus. Dann wechsle ich den Haken von der Küchenmaschine, damit ich alle anderen Zutaten jetzt da in den Schaum reinrühren kann. Einfach alles, was ihr noch habt, direkt da rein in den Topf. Vorsichtig rühren. Da muss man auch nicht mehr lang machen. Einfach, dass es eine schöne Masse gibt. Nach und nach einfach alles rein. Es geht ganz schnell. Das ist so ein unkompliziertes Rezept, aber so lecker. Also echt empfehlenswert. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich bin wahnsinnig begeistert. Und schon ist die Lebkuchenmasse fertig. Ginge echt innerhalb von wenigen Minuten. Und jetzt nochmal kontrollieren, ob das passt von der Konsistenz. Das ist wichtig, damit die Lebkuchen nachher nicht im Ofen zerlaufen. Ich habe herausgefunden, wenn es so relativ zäh ist, wie ihr hier seht, dann ist es perfekt. Dann bleiben die auch schön in Form, die Lebkuchen beim Backen. Dann einfach die Oplaten auf dem Blech legen. Die Menge, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, reicht eigentlich für ein Blech. Was sind das hier? Genap 20 Oplaten, 70 Millimeter. Und dann einfach jede Oplate mit einem halben bis ganzen Esslöffel von der Masse befüllen. So ungefähr ein Zentimeter dick. Man kann auch ein Lebkuchenformblech kaufen. Kann ich euch mal verlinken. Dann spart man sich das Gefriemel da mit dem Bestreichen. Und dann das Ganze bei Ober- und Unterhitze, bei 150 Grad, ungefähr 20 bis 30 Minuten backen. Das Tolle bei dem Rezept ist, die Lebkuchen bleiben nachher so richtig schön saftig. Also das ist unglaublich. Und die haben unglaublich tolles Aroma. Man kann es gar nicht richtig beschreiben. Das sind die besten Lebkuchen, die ich je gegessen habe. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das lohnt sich absolut. So sieht das Ergebnis aus. Ihr könnt dann wahlweise noch die Lebkuchen, wenn die abgekühlt sind, mit Konfitüre bestreichen. Da kann man ganz kreativ sein. Und am besten lasst ihr die einfach noch ein paar Tage dann ruhen. Dann werden die noch besser und dann könnt ihr die genießen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.